mein Führer was braucht Kamera ab? also lachen Sie denn nicht? ja, ich bin denn nicht ich bin die Brustmutter aus Spitzkopf angekommen die haben sie kommen ja, gleich schon ich bin ja rein, ok die Brustmutter bestellt mein Führer hi wie geht das denn? oh, ganz gut soweit wir wissen, weshalb sie hier sind ja, ich hab diesen Brief bekommen echt? ja so, dass ich das deutsche Reich bekomme genau ich bekomme Planti genau ja ich freu mich so ich freu mich so und ihr quietschentler bekomm ich auch genau das ist ja das beste da hab ich selbst in der Badewanne ja schon sie wissen auch warum sie ich bekommen oh ja, meine Nachbarin hat sogar mitgelesen aber das macht doch nichts denn sie sind doch der Führer und kostlos ist auch genau, ich bin der Führer ich bin der Führer, ja ich sag das, ja aber ich bin der Führer wenn ich etwas sage dann muss es erledigt werden jawohl, mein Führer jawohl, mein Führer du bekommst heute meinen DELDO ja, 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 ja ich krieg den DELDO ja, ja dich verdammte Scheiße du bekommst den DELDO nur weil du mein bester Kamerad bist mein Lieblingskamerad und genau deswegen bekommst du diesen ehrenhaften DELDO den ich mich sogar gestern Abend erst in den Arsch geschoben habe du bekommst die Ehre es dir in den Mund zu schieben Dankeschön, mein Führer kein Problem Dank ab Herr Toll Ja, Herr Toll Ich hör mich natürlich die 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 w